Die Molkerei auf der Bounty! Das ist aber nicht nur der Titel dieser Show, nein, das ist auch der Name dieses Programms. Ab jetzt wird mit dem Schaß geschlossen. Der Nummer macht total Spaß. Du kannst doch nicht in Privatklamotten auf die Bühne kommen. Pendolino. Ich mach ihn völlig scharf. Spider-Man! Ich spür keinen Schmerz. Natürlich spürst du Schmerzen, man hat richtig zuhaut, dann tut das auch weh. Der Nummer nur die Bühne kommen. Der Nummer war krös. Wir sitzen hier machen. Oh, yes! Yes!